Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, hoffentlich grandiosen Folge Satisfactory. Und ich bin stehen geblieben beim letzten Mal bei dieser riesigen, bei diesem riesigen Laufband da hinten, welches mir Kohle hier hoch transportieren sollte und es hoffentlich auch macht. Ich sehe gerade keine Kohle, ich gehe mal gucken, ob da überhaupt sich irgendwas bewegt. Ja, da kommt sie. Da. Okay. So, die Kohle habe ich, glaube ich, hierher befördert, weil hier erstmal wieder neu Eisen ist, das ich abbauen kann und hier neue Produktionswege in Gang zu bringen. So, und damit, damit dieser Scheiß überhaupt so hinhaut, wie ich mir das vorstelle, jetzt muss ich erstmal gucken, wie viel Kram habe ich denn bei mir. Na, ein bisschen, ein bisschen Zeug habe ich, denn es wäre, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn ich jetzt nochmal Fundamente benutzen würde, um ähm, um das, was ich da hinten baue, ach, shit, natürlich, ähm, hier nach ausrichten zu können, also, dass das alles schön gerade ist und nicht voll schief dann oder so. Okay. Nicht genügend Freiraum. Ich mache das gleich wieder weg. Es geht nur darum, ähm, ja, das, was ich da hinten bauen will, so zu haben, dass es gerade ist im Vergleich zu dem anderen da. Dann vielleicht verbinde ich das ja früher oder später miteinander. Und dann wäre es ziemlich blöd, wenn das schief wäre. So, hier reicht das. Das, das, das Ding hier, auf dem ich stehe, reicht. Die anderen baue ich jetzt wieder ab. Ich weiß, es ist umständlich, aber so kann ich auf Nummer sicher gehen, dass das wirklich gerade ist. Und sonst ärgere ich mich wieder, wenn ich wieder hart improvisieren muss, sonst am Ende alles scheiße aussieht. So. So. Schön wieder abbauen. So. Wundergut. Okay. So. Und an diesem, an dieser Platte hier kann ich mich jetzt orientieren. Ist ja generell sowieso mal die Frage, wo stelle ich dann den Scheiß am besten hin? Jetzt mache ich hier erstmal ein bisschen Platz. So. Okay. Und jetzt versuche ich mal irgendwie genau an diesem Brett hier anzusetzen. Ja gut, jetzt ist das natürlich... Hm. Machen wir das mal lieber so. Ja gut. Bämach. Mmh. Let's go. Baby. So. Ja, für sowas ist die Kettensäge echt geil. So, aber zurück zu den Fundamenten. Nein! Was habe ich gemacht? Ah, ja. Jetzt werde ich hier vorne noch ein paar ran bauen, denn hier soll quasi die Stromversorgung hin. Äh, geht das noch? Oh, zu teuer, mir fehlt Cement. Wo stelle ich nochmal Cement her? Da vorne, oder? Mal gucken, ob hier noch was im Lager drin ist, ich glaube nämlich nicht, ne. Habe ich mir nämlich gedacht. Aber gut, halb so wild, fahren wir mal hinterher, heppa, knack, und, äh, holen uns den Cement aus dem, aus dem Lager. Na? Na? Oh. Wir holen uns den Cement. Warte mal, hier unten? Hier unten hatte ich doch auch welchen. Ja. Mehr als genug. Guti, dann nehmen wir den doch so lange. Oh, mein Ohr juckt. Hey. 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 Oh fuck. Hey. Knack. So. Hopp. Mal hopp. Und hopp. So. Also. Zurück zum Plan. So. Weiter, weiter ran kann ich hier wahrscheinlich nicht. Aber ich denke. So. 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 So.